Wir haben jetzt mal ein bisschen Stoffwasser auf. Ja. Damit ist unser gesamter Plan, den wir hatten ja jetzt vollkommen kaputt gegangen. Leder haben wir auch keins mehr für ein neues Crafting-Book. Ah, geht das ganz schnell. Lalalala, unser Angemalte haben wir noch ein bisschen Fisch und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahmen für heute, denn ich muss heute auch noch mal hin, denn ich habe mein Handy auf Ladekarte auf Arbeit verloren und vergessen und musste es noch holen. Jetzt habe ich den Fisch verpasst. Ich würde gerne noch einen Kugelfisch rausziehen. Das wäre so mein Hauptziel für heute Abend. Also es ist gerade abends, bei mir ist es gerade 14 Uhr. Zertschle! Warum nicht? Na komm schon! Los! Oh, statt da hat es was angebissen. Man sieht ja glaube ich die Anschlussmanimationen auch, oder? Nur bei der Dunkelheit sehe ich gar nichts. Überhaupt nichts. Äh, na gut. Noch mal nochmal. Vielleicht angehe ich einfach mal da hin. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in dem Textrapeck auch der, in dem Texturenpack auch die Einschirmanimation sehen kann. Kann ja sein, dass es gar nicht mitverarbeitet wurde. Aber auch da ist er. Ich bin sprachlos gerade. Ich bin einfach sprachlos über das Glück unserer Angel. Bitte, komm schon. 37 Level. Und zu teuer. Oh, komm schon, ey. Das wäre die ideale Angel. Ich meine, Haltbarkeit. Drei Angel ist nichts Besonderes. Sie hält sich einfach noch länger als die anderen Angeln. Habe ich Glowstone hier eigentlich noch? Ich glaube es fast nicht, gell? Nein, leider gar nicht. Ich bin einfach nicht. Moment, ich tue gerade hier ein bisschen provisorisches Licht schaffen, das ist das erste, weil wir kein Closedone haben. Oh, da habe ich das Mikrofon nicht mehr ausgekriegt, tut mir leid, das wollte ich nicht, ja jetzt ist Licht da, ja schon klar, dann halt nicht, das ist mir auch egal, stürt mich nicht, nein, stürt mich nicht stürmen. Aber die Anschlumanimation sollten wir jetzt sehen. Bin ich zu blöd, die zu sehen, oder? Anschwimm-Animation. Irgendwie kommt da nichts. Es gibt keine Anschlumanimation, glaube ich. Ich frage mich aber gerade, warum ich nichts mehr rausziehe. Es geht runter, ich ziehe nichts raus, hä? Wo ist da jetzt der Sinn? Na gut. Los, Fisch! Oder was auch immer ich jetzt rausziehe. Und ein Diamantschwert mit Verzauberungszeug wäre nicht schlecht. Ich habe nämlich eins verloren. Ich, die Folge war strange, ich weiß nicht. Ich habe Diamanten... Ich habe Diamanten geercheatet auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe meinen gesamten Staff verloren, ich will gar nicht wissen, was ich noch alles dabei hatte, was ich da voll war. Wenn ich drüber nach... Ich werde es dann in der Aufnahme sehen, was ich dabei hatte. Wenn ich da im Review sehen, wenn ich mir wieder angucke. Und dann werde ich wahrscheinlich richtig kotzen. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne... Ich hätte gerne... Na komm, gib mir doch. Ich würde so eine Angelfolge machen, irgendwie so eine Stunde angeln oder so. Und über Gott und die Welt reden. Ich habe meinen Arbeitsvertrag jetzt bekommen. Hey, cool. Ich fange jetzt ab 12. Also ich hatte mich... Genau, ich hatte mich erkundigt. Also ich fange am 12.12.2014 an mit Arbeiten. Am 11.12. werde ich höchstwahrscheinlich hochfarmen. Und es existiert WLAN. Das sind die Bedingungen, die ich bis jetzt weiß. Ach komm schon, warum fange ich jetzt gar nichts mehr? Alles andere wird sich später ergeben. Ich will mich hier mal hochstellen. Das habe ich auch chillig. Von hier oben so. Ja, alles andere erfahre ich dann. Aber auf jeden Fall habe ich WLAN. Das heißt, wenn ich meinen PC da mitnehmen kann und anschließen kann, was eigentlich kein Problem sein sollte, äh, durfte ich da eigentlich, da ich ja ein Einzelzimmer habe, komplett. Man kann Rosenblätter fischen. Ist das echt jetzt so? Ist ja geil. Das heißt, Rosenblätter sind auch unendlich. Gut, auf eine gewisse Art und Weise, weil da Rosenblätter rauszukriegen, das ist wohl eher so ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das ist ja mal mega genial. Man kann Rosenblätter fischen. Na komm schon. Ich will noch ein bisschen Stuff haben. Uh, was war das? Ach, das war ein Hecht. Ich leg mal alles zur Seite, dann sehe ich meinen Loot, das ich gesammelt habe. Also die Angel liegt jetzt schon woanders, aber das ist ja egal. Wie viele Minecraft-Folgen ich auch habe. Ich habe jetzt, glaube ich, ich hatte 15 Folgen, bevor ich angefangen habe und mit der Aufnahme ich gerade. Und jetzt nehme ich, glaube ich, schon wieder zwei Stunden auf. Na komm schon. Na, davon. Na, eigentlich würde ich die gar nicht haben. Ich will eigentlich ein bisschen was anderes finden. Aber was sollte ich denn da schon finden? Ich kann es dir nicht sagen, die Gedanken, die mich plagen. Brains. Kann ich das jetzt eigentlich aufsetzen? Nein, ich habe es verpasst. Wäre auch zu cool, wenn man sich Gehirn aufsetzen könnte. Na, komm schon. Komm. Na, und. Ach, schon wieder so weiter. Schnell geht es ja und ich finde auch schon ein bisschen was anderes, aber, aber, wäre gut, wenn ich das Glück des Meeres, wenn ich das noch auf eine höhere Stufe bringen könnte, irgendwie. Na, komm schon. Nein, das war ein blöder Rungsdreischwert, ey. Das regt mich auch auf gerade. Boah, die Knochen habe ich auch alle verloren wieder. Ich habe ja auch, warum ich den gerade nicht bekommen habe. Mal eine stückliche Rüstung ausziehen. So. Und jetzt gucken wir mal, wenn es verschwindet, dann können wir es uns holen. Ich weiß nicht, hätte ich einen Abwerfenkopf oder sowas. Oder eine Warze. Ich habe, guck mal, ich habe eine Warze auf dem Kopf, weil der muss ein bisschen seitlich. Oh, die Warze sind in meinem Kopf verschwunden. Die Muck ist auch so geil. Na, komm schon. Hallo, du sollst da unten gehen. Ja, also, zu dem Thema nochmal mit der, äh, ich, äh, nach Österreich und blabla. Es wird immer Let's Plays gehen. Ich werde nie aufhören zu Let's Playen. Ich fange gerade erst richtig an, meine lieben Freunde. Ich meine, wenn ich, da habe ich letztens, da hat letztens einer unter meinen, ähm, Magic, mein Video, äh, ne Quatsch, das war's, was war denn das? Letztens hat unter irgendeinem Video von mir halt jemand was gepostet. Also, das ist so ungefähr ein Jahr her. Und wenn ich, dann habe ich mir das Video einfach mal angeschaut, so als, ja, mal gucken, wie ich damals, und, oh, ich habe so gekotzt, ey. Was da manchmal für Qualitätsspankungen rauskam, ne. Das war schon nicht mehr feierlich. Oh, ich habe Nemo gefangen. Nemo. Ach, da, was da, ich, was da so gesehen habe, manchmal, da, hui. Und ich denke mal, im Jahr wird es wieder so sein, dann denke ich mir so, hui, was hat der denn da vor einem Jahr gemacht und dann wieder so. Weil man wird ja immer besser und so. Und ich will auch besser werden, so muss es ja nicht. Ich möchte mich ja weiterentwickeln. Um euch besser Ritz-Plays bieten zu können. Lol. Yay, ich habe einen neuen Bogen. Ich habe einen neuen Bogen. Ist das geil. Na, komm schon. Wie viele Level machen wir eigentlich durchs Angeln? Einmal machen wir ganz schön viele Level durchs Angeln, gell. Wir haben jetzt fünf Level schon gemacht. Und das auf einem mittelmäßigen Stand. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe, wie gesagt, heute werden dann zwei Folgen Minecraft, also ab dem 28.10. werden zwei Folgen Minecraft das mal rauskommen. Solange ich so viel aufnehme. Und, äh, dann, äh, ja, mal schauen. Irgendwann wird es ja nicht mehr zu sein. Hallo. Ich könnte ja auch längere Folgen machen, aber ich bin kein Freund von längeren Folgen, muss ich gestehen. Weil, ich habe lieber zwei Folgen, die 15 bis 20 Minuten gehen, als eine Folge, die 40 Minuten geht. Weil, es ist einfach, wer guckt sich eine 40 Minuten Folge an? Ich mache es manchmal, aber das müssen ein bisschen special Folgen sein. Ich schaue mir keine 40 Minuten Folgen von irgendwas an. Das ist einfach zu viel. Ich setze mir die 40 Minuten am Tag hin und gucke mir irgendeine Folge an. Das wäre mir zu krass. Dann lieber habe ich zwei 15 Minuten Folgen und dann kann ich dann am nächsten Tag mir die nächste anschauen oder so. Das finde ich viel besser. Aber... Na, komm schon. Ich bin ganz schön viel dabei dazu. Ohne Mist. Also wenig ist was anderes. Ja, komm schon. Nur Wasserflasche. Na gut. Nein, ach komm an. Das wäre jetzt so cool gewesen. So knapp hintereinander gleich. Ich darf nicht immer in den Cementar gehen. Das ist so eine Angewohnheit, wenn ich das angle, dass ich das gleich hinlegen will. Richtig. Das ist so eine Angewohnheit, wenn ich das gleich hinlegen will. Das ist so eine Angewohnheit, wenn ich das gleich hinlegen will. Ich bin auch so. Da bin ich schon 18 von den Viechern. Da haben wir auch keinen Kugelfisch gefangen. Da ist mir auch gerade aufgesalmen. Kein Kugelfisch. Boah. Kann man einen Bogen eigentlich wieder reparieren, ohne Bogen zu nehmen? Muss man das Seil nehmen, oder wie funktioniert das? Das weiß ich gar nicht. Das kann ich euch gar nicht sagen, es ist mir ein Rätsel. Genauso wie wir ständig diese hohen Bögen hangeln. Und warum wir noch keinen Kugelfisch haben. Ich kann's euch nicht sagen, es tut mich blagen. Ich weiß es nicht genau, bin ich leider nicht so schlau. Aber was macht das schon? Tintenfische und auch Mohn. Beides esse ich ziemlich gern. Nur gemeinsam schmeckt es bestimmt nicht ganz so gut. Tintenfische und Mohn gemeinsam. Da wäre dann ein eingemunter Fittenfisch. Ja lecker, toll. Ich singe den größten Scheiß zusammen. Ich weiß nicht, ich habe immer so... Ja, bekomme noch. Level 19 schon. Und das gefällt mir, so will ich's haben. Let it fish, let it fish, let it fish. Warum schwebt die Angel so... Nein, Fisch. Fisch, 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 Fisch. Fisch, 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 Fisch. So was sieht sich... Ich glaube, das heißt Posen angeln, oder? Wenn du unter Wasser angelst. Ich weiß es gar nicht mehr. Dann muss man wieder den MC Dragonfragen oder den Power Mew, der letztens dabei war. Habe ich gerade überlegt, ob das überhaupt funktioniert so, aber anscheinend schon Na komm Gib mir einen weiteren Fisch Haben sie jetzt einen hier, oder? Oh Also einmal geht noch, dann muss man aufhören Hei, und das ist der Kugelfisch Lol Ja lol, Roffel XT Ja, was ist das denn? Ja, johmei So, Moment, dann Schaut mal ganz kurz, ob ich die Angle einfach so reparieren kann Aber ich glaube, es ist ja weniger Ne, da brauche ich schon eine zweite Aber ist auch kein Problem Äh, nicht hier Zwei So, drei Zwei Und Level 22 brauchen wir dafür Also gar nicht so weit im Garten von dem, was wir momentan haben Dann brauche ich doch mal Fische Momentos So, wo haben wir denn hier die Fische? Nehme ich meinen ganzen Spaß mit und brate das alles Nemo's haben wir ja auch noch So, Nemo's Nemo's kann man nicht braten Okay Erfolg erzielt, köstlicher Fisch So Level 20 haben wir Gebratener Fisch, gebratener Lachs Okay Er spahl einfach ein Und viel gibt ja nicht zu Dann nehme ich mal doch lieber die gerade Also den Fisch habe ich irgendwie so das Bedürfnis hier zu sammeln Ich weiß nicht wieso, aber es ist so Ich habe das Bedürfnis Fisch zu sammeln Gingelstrain ist es vielleicht auch, aber Ja, ne Aber so werde ich mein Level trotzdem nicht erreichen Eigentlich werde ich Glück haben Level 21 hin Ich dachte es ist ein bisschen mehr gibt Ach, da habe ich doch Leder Ich bin manchmal aber auch ein bisschen betrunken So Und Eine Glückwünsche Haben wir es immer noch da Und dann haben wir das Buch wieder Was gibt es eigentlich so für Rezepte? Äh, das Backpack hier, genau, genau Die ich nicht kann Achso, jetzt zeigt man an Leuchtfeuer zum Beispiel habe ich noch nie gecraftet Neverstern Das habe ich noch nie gecraftet Oder wenig gecraftet Buch und Feder Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt Karottenangel, Ofenkarotte Du wirst eigentlich gar nicht was ich kenne Feuerkugel Unstaub, Holzkohle Da haben wir noch Fisch, da haben wir noch Fisch, da haben wir noch Fisch Aber es reicht bei weitem nicht aus für Level 21 Bei weitem nicht Ja, bei weitem nicht Machen wir noch ein bisschen Holzkohle Habe ich lohnt, oder war ich da? Schleimbälle, Gastrainer Kann man eventuell im Moment Set Item Mit, ja man, könnte ich einen Orsnifer machen, den Wind Floretz Es Karakurelai Den Guilty Form, der ist aber auch stark, äh Den Tyrant Dragon, der ist immer noch krasser 17 Schaden, Alter Dark Repulsor Schaufel Backpack Punch Was auch immer, ein Backpack Punch soll sein, aber es funktioniert eh nicht, dass du klassisch oder wenn du klassisch Na gut, gucken wir mal, ob es fertig ist. Das bringt mir gar nichts. Na gut, wir sind uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Und dann machen wir alle der Ende 20. Und ja, ihr wisst schon bescheid. Obwohl, warte mal, was ich gerade mache. Natürlich nicht. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.